Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Osiris. Ja, wieder nach ein paar Tagen wieder bei Osiris gelandet. Ja, ihr Lieben, vor ein paar Tagen kam auch ein Update raus und naja, so sieht jetzt unser Inventar aus. Tada! Kalypso ist überfordert, ich auch. Keine Ahnung. Wie man sieht, haben die Entwickler ein neues Design gemacht. Da müssen wir uns erstmal reinfuchsen. Ich habe auch schon geguckt, ob ich die Kolonie irgendwie umändern kann, aber irgendwie geht das noch nicht. Oder man muss erstmal die Dings verlassen, auf jeden Fall. Was wollten wir machen? Total hübsch! Also erstens wollten wir mal in die Wüste donnern und dann kam er mit dem Update, kam ein neuer Planet dazu. Ja, 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 ein neuer Planet, der irgendwo da oben sein muss. Ja, natürlich da oben, so ein Lava-Dings bedüns. Also das heißt, wir steigen in unsere hübschen Maschinchen rein? Genau, diesen neuen Planeten werden wir uns zum Schluss aufheben. Wir donnern erstmal in die Wüste. Wir sind noch nicht mal hier richtig durch, ne, mit unseren Planeten. Eigentlich gar nicht. Absolut gar nicht. Ich habe es gesehen. Es sollen auch neue Ressourcen da auf dem Planeten sein. Und neue Viecher. Und ich hoffe, ich kann auch fliegen. Ich muss... Ich muss einfach den Ton leiser machen. Das ist... Ach, das wird lustig. Das ist zu laut. Und wir müssen uns erstmal wirklich... ...reinfretzen, das Ganze. Ja. Wir verkacken schon beim Fliegen wieder. Oh ja. Also wo ist die Wüste? Ich bin froh, dass ich hier so halbwegs auf den... Ich glaube, über diesen Berg, ja. Von da kamen wir auch. Vielleicht ist ja die Wüste einfach nur... ...Startpunkt so. Umso schneller sind wir auf den anderen Planeten. Wenn da nichts ist. Was tust du denn? Irgendwie nach oben kommen, aber ich habe so einen dämlichen Platz hier. Ei, 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 ei. Sieh nach oben! So, ich kann nicht mal fliegen. Ich warte auf dich. Es sei denn, hier rammelt es gleich und so ein Riesenboom... ...kommt angescheißert. Irgendwie ist das... ...hab ich es nicht gerade gehört? Wo bist du, Helia? Siehst du mich? Irgendwie will er gerade nicht nach oben ziehen. Aber jetzt macht er es endlich. Wir drehen uns mal, ihr Lieben. Wir drehen uns mal und gucken... ...nach hinten. Nein, nicht. Nein, 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 nein. Ach, hier, hier, Mini. Ich klebe irgendwie am Boden. Irgendwie. Du hast auf jeden Fall... ...schu... ...schu... ...irgendwie... Ich muss weg. Ich muss... ...ich muss weg. Ich eigentlich auch. Was ist das für... Wie viele sind denn da jetzt? Ach so, ich glaube, ich habe es wieder ein bisschen... ...raus. Leck? Ja. Ich will es sehen. Das hört sich so verdammt nah an. Das ist für Geräusche. Ja, deswegen ja. Und so viele. Helio. Schon wieder. Wo ist er denn? Helio? Hier hinten. Wo ist sie hinten? Bei der Wüste. Huch? Ich habe mich hier gedreht. Ich bin auch beim Skelett. Vom Riesenboom. Und ich glaube, ich weiß... ...ich bin jetzt schon in der Wüste. Da, wo die Startposition ist. Ich habe dich von Weitem irgendwie gesehen. Da hinten bist du. Wo bist du? Nicht vor mir auf jeden Fall. Hinter dir. Du fliegst weg. Oh! Fliegen ist eine Kunst. Ja. Ich sehe dich nicht. Ja, ich komme das schon zu dir. Ach, da bist du. Hab ich gesichtet. So, in die Wüste wollten wir. Hm. Wo fliegst du denn jetzt hin? Folgst du mir oder wie? Ja, ja. Ich folge dir. Ich glaube, ich habe langsam den Dreh raus. Glaub ich. Glaub ich. Also ich habe Sturz. Ob hier irgendwas ist? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht rammen wir gleich gegen eine unsichtbare Wand. Ich kann nur die Weite. Ja, hier ist eine unsichtbare Wand. Was? Wir können hier weiter verreißen. Echt? Du musst zuerst drücken. Ich glaube, ich brauche Speed. Okay, ich tue es mal. Ein Speed. Ich hocke hier in der Luft. Ich mache mal. Yes. Yes. Lade Bildschirm und ich werde wahrscheinlich wieder rausgekanntes. Wie immer. Machen wir es auch mal? Yes? Ja, 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 ja. Komm. Das ist jetzt die Ostseite von ProToyz 2. Wo wir auch da immer hin landen. Wusste gar nicht, dass der Planet noch weitergeht. Oh, die Shit. Ah, ja, ja, ja. Was? Äh, hier schweben. Wo ist sie? Hier schweben, Dinger. Nö, nö, nur ein bisschen aus. Ey, Kamerasicht. Ich warte mal auf dich, bis du vorfliegst. Hallo. Hallo. Oben, unten, links, rechts. Da. Was ist denn hier los? Sehr, sehr staubig. Unter mir. Ich hoffe, wir finden auch wieder zurück. Ich hoffe auch. Man braucht echt ein Auto, glaube ich, dafür. Aber das Benzin geht? Ein Auto schafft er doch nicht. Immer wieder dieses Aufladen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir hier weiterkommen. Ist aber auch schon die nächste Wüste. Nice. Mehr gibt's hinter uns nicht? War das jetzt mein Schatten da unten? Ja, das war mein Schatten. Ähm, ich glaube, das war's hier. Ja. Wir kommen wieder zu der A-Seite. Was soll's hier geben? Andere Ressourcen? Vielleicht. Könnt ihr eigentlich sein? Hm. Mehr Würmer? Riesenwürmer? Eigentlich müsste man das mit dem Auto mal erkunden. Ja. Und? Wie oft wollen wir halten und an so einem Dicks stehen und tanken? Ja, vielleicht, äh, die kleinen Autos vielleicht, ähm... Ich kann keins bauen. Eins muss ich schrotten. Entweder das hier, das Spaceship, oder die Spinne da, die ich gemacht habe. Das Krabbelviech. Ich kann keinen weiteren machen. Ja, anscheinend gibt's nur diese Plattform hier. Die kleine hier. Ja. Ja, ich geb's ja hier Titanium. In Hülle und Fülle. Hm. Wer weiß. Tja, dann müssen wir halt hier mit dem Schiffchen. Nicht mit dem Auto. Naja, das große Auto ist nicht gut. Mhm. Aber das kleine könntest du machen, oder? Nee, kannst du gar nicht. Deine Dinger sind auch. Ich weiß es nicht, eigentlich... Ich hab nicht nachgeguckt. Nee, du hast ja jetzt das Spaceship und dein Auto. Mach zwei. Genauso wie bei mir. Du kannst kein weiteres bauen. Aber du hast ja noch dein, ähm... Käfer. Ja, ich hab mein Spaceship und mein Käfer. Das war's. Zwei Slots. Voll. Du hast Spaceship und dein Auto. Zwei Plätze voll. Kannst keine weiteren bauen. Sei denn, du schrottest eins. Aber ich dachte mir ja nicht, dass wir Spaceships schritten. Oder das mit dem Auto ist jetzt auch irgendwie anders, ne? Durch das Update. Dann müsste man eigentlich mal zurückfliegen. Wir können halt wieder zu... Ich würde zum Planeten fliegen. Oder zum Planeten. Das können wir auch machen. Ja, hab voll Bock drauf. Aber ich würde sagen, wir fliegen erstmal wieder zu A rüber. Ja, okay. Ich mach mal. Just. Jetzt? Ich komm hinterher. Ja, unbedingt. Lass mich ja nicht alleine. Gibt's eigentlich auch im Norden und im Süden? Bestimmt. Das sind jetzt nur Ost und West. Nee, mehr gibt's nicht. Ja. Hm. Vielleicht gibt's das ja, aber... Wir fliegen dann zum Planeten. Das dauert aber. Ich trinke mal einen Schluck. Na, 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 na. Ja, Leute. Ladebischem. Mhm. Das Beste überhaupt. Ziehen wir uns alle rein. Ich find's total toll. Ui. Juuup. Also, ich flieg dann schon mal ins Weltall, ne? Ja, du musst eh als erstes... Eww. Ich tue es. Kannst du auch schon? Du, meine Frau. Ich tue es. Ah, ich tue es. Ich bin da. Raus? Ja. Gut. Nochmal Ladebildsch. Ladebildschirm? Doch nicht. Nee. Nee, 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 nee. Oh, diese Stille. Aber irgendwo muss doch hier... Was hast du gesagt? Hier... Ey, da bist du ja. Fliegst du jetzt kopfüber? Ich weiß es nicht. Ich bin hinter dir. Wo ist der andere Planet? Der müsste ja eigentlich aus Lava bestehen. Ja. Ich kurbe hier immer noch mit der... Da war er gerade. Echt? Der wurde mir gerade angezeigt. Der heißt ja Zerr oder was das ist. Genau. Ist das der da hinten? Der guckt und weiß... Nein. Der ist irgendwie hinter dem riesen Fetten da... Hier wurde mir doch gerade... Oh, der ist es hier sie. Dann wo ist es die Sonne? Muss mal Richtung Sonne. Da zeigt er dir Zerr an. Ich fliege gerade auf so einen... Etwas dunkleren Planeten zu. Da waren wir schon. Nee, nee. Der zeigt dir das doch gleich an. Machen wir mal Sonne. Ja, Zerr. Okay. Okay, warte. Wend? Bist du schon unterwegs dahin? Yes. Jetzt so. Lade, willst du? Jetzt, wo es nicht rauskommt. Komm hinterher? Ja. Auf zum neuen Planeten? Oh, ja. Ach ja, übrigens. Es gibt auch neue Monster, aber wahrscheinlich nur auf diesen Planeten. Habe ich gesagt. Und neue Ressourcen. Habe ich auch schon gesagt. Echt? Ja. Habe ich nicht aufgepasst. Sorry. Hast du nicht aufgepasst? Nö. Was mit den Fliegen beschäftigt, ne? Was? Was? Du hörst mir nicht zu? Das ist hart. Ein wunderschöner knallroter Planet. Es wird bestimmt kacke heiß. Wo bist du? Ich hoffe, unsere Rüstung hält das aus. Ah, muss er. Wir können doch keine bessere machen. So, ich dring ein. Ich bin hinter dir. Feier. Wieso feierst du? Mal gucken, ob ich denn auch diesen Bug hier wieder wegkriege. Jo, kriege ich weg. Gut, ich glaube, du bist schon unten, ne? Ja. Nehme mal ein bisschen Schub weg hier. Ich hoffe, unsere Anzüge halten das aus. Da hinten bist du. Ja, ich gucke hier gerade. Hinter mir ist Wüste. Ich sag jetzt einfach mal Wüste dazu. Bist du da oben? Ja. Dann geh jetzt einfach mal hier auf diese Plattform. Warte mal. Okay. Ich dachte, ich hätte aber irgendwas gesehen. Plattform. Hier unten direkt? Und? Gelandet. Lande ich jetzt auf die drauf? So ein bisschen, glaube ich. Ganz knapp. Nee, kannst runterkommen. Sicher? Ja, kannst runterkommen. Sicher? Gut. Ein bisschen schief, oder? Ah. Wunderschön. Haha. Ist das die Sonne? Hä? Hatte ich nicht gerade irgendwo anders doch so einen blauen Ball gesehen? Aber weiter weg? Da gibt's was Grünes. Brauchen wir Grün? Aber warte mal, ich hab das Gefühl, dass die Musik einfach nur so dermaßen reinwumst. Echt? Ja. Sag mal, du hast immer Einstellungen hier bei deinem Spiel. Da hast du doch noch nichts geändert. Eigentlich nicht, nein. Wo hast du denn? Ähm. Ich glaube, ich verliere gleich Leben. Ja, ich auch. Ich glaube, da müssen wir uns einmal Rüstung machen. Ach, wir sind, glaube ich, auch auf so einem Lava-Gebiet. Ja, mit Sicherheit. Jedenfalls so. Au. Das Iron da hinten. Titanium. Das ist Titanium. Sieht aus wie Titanium. X. Ich hab dich aussehen. Ach, da bist du. Moment, wartet. Äh, Inventory. Hab ich denn, ähm... Wer damit. Ah. Koopa. Ja. Kupfer. Ich hab dich schon eine Momel geklaut. Ey, kommen wir nicht weiter. Was? Ey. Ey. Kupfer. Kupfer brauchen wir. Ganz dringend. Cool. Ups, ich kann mein Flugzeug wegziehen. Oh. Ich will gar nicht wissen, wie die Viecher hier aussehen. Bobelt. Haben wir auch. War nicht schlecht. Brauchen wir auch. Wozu wir das auch jetzt immer brauchen hier. Aluminium. Aluminium. Ah, warum? Na cool. Wir wissen, wo es Kupfer gibt. Ich glaube, ich verliere gerade immer so ein bisschen Leben. Oh, wie stöhnt die, glaube ich, hier so ein bisschen. Ja. Ganz leise. Ah, ich glaube ja, wir verlieren Leben. Aber ein bisschen. Gold gibt's hier auch. Ist ja verdammt heiß hier. Wir werden wahrscheinlich auch spezielle Rüstungen für diesen Planeten brauchen. Mit Sicherheit. Titanium. Ich hoffe, mich greift hier nicht gleich was Großes an. So, äh, Option nochmal. Settings. Ich werde mich erschrecken. Ja, danke. Und weg damit. Ja, die ist verdammt, ja, Mann. Ähm. Ich muss irgendwie mich wieder reinfinden bei Osiris. Habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie bei Ark drin. So, was ist dein Problem? Was? Was ist dein Problem? Na, ich muss hier öfters gucken, wo was ist. Wo meine Gewichtsanzeige ist. Äh, wird dir angezeigt, denn? So wie immer. Ja. Bin ich mal der Meinung. Ich klatsche hier ab. Deswegen sag ich doch, ich muss mich erstmal wieder an Osiris gewöhnen. Huch, ich habe mir wehgetan. Schlecht. Ich bin gerade, glaube ich, über irgendwas Heißes drüber. Oh. Ja, das brauchen wir auch nicht. Wo ist mein Inventar? Hier. Ah, ne, Glück, dass ich die schon vorab gemacht habe. 4G drücken, genau. Ich habe nur 40 mal Kupfer. Ist nicht viel. Ja, ne gewisse Person hat mir ja meinen Block weggehauen. Nur einen Klumpen? Einen? Komm schon. Das war Kalypso. Ja? Teile? Voll uncool. Ich sollte mal, ich drück mal. Perfekt. Ah, okay. Bist du jetzt endlich hinge... Na, ich laufe hier ein bisschen im Kreis. Ich glaube, jetzt bin ich schwer. Ich gehe mal wieder zurück, entlade mich und klatsche hier noch ein bisschen weiter rum. Und schon wieder finde ich keinen Kupfer mehr. Ich auch nicht. Iron. Äh. Okay, ich bin auch gerade über irgendwas drüber gelatscht, was nicht so gut war. Sollte man echt den... Aluminium. Vielleicht sollten wir mal ein anderes Feld gucken. Vielleicht sollte ich auch nicht direkt hier durch die Lavasuppe laufen. Vielleicht finden wir hier was besseres. Wieso ist denn jetzt hier Mucke? Weiß es nicht. Ist der... Siehst du auch diesen Qualm hinter mir? Ich meine, siehst du den Qualm auf der einen Seite? Überall? Ich meine... Ja. War der vorhin schon da? Er ist wahrscheinlich tierisch warm und heiß. Jaja, aber wieso taucht er jetzt auf? Ähm, vielleicht bricht er ja aus. Bist du am fliegen? Ja. Was ist los? Ich habe beinahe auf dir drauf gelandet. Wo bist du? Geflogen. Ja, geflogen. Ah, ich sehe dich. Hier ist überall Lava. Huch, das war ein Leck. Ah, lalalalala, lalalala, gib Gummi, gib Gummi. Was ist das denn? Das ist ein Feuerwurm. Ich will es sehen, ich will es sehen, ich will es sehen. Kobi, Baby. Ist er schon weg? Ja. Arschloch. Ich habe ihn irgendwie einen Tag getauchen gesehen. Ich habe ihn rauskommen sehen. Der hat erstmal mit Feuerbällen gespuckt. Ja, die sind an mir vorbeigeflogen, fast. Ah, mir auch. Aber... Da hinten. Hast du mich gesehen? Ja. Der Leck. Wollen wir den doch mal raus? Raus? Ne. Wir müssen zusammen krachen. Was drehst du denn hier dauernd? Ja, ich... Folg... Ich will dir folgen. Ich folge dir. Achso, du folgst mir? Gut. Gut, wir sollten uns entscheiden, wer wen folgt. Gut, folge... Folge mich. Jetzt fliege ich... Jetzt fliege ich weiter. So, jetzt dreh ich mich nicht normal. Meine armen Zuschauer, ey. Die haben jetzt ein paar Mal schon gekotzt. Ja, nicht wahr. Weißt du doch gar nicht. Doch. Oh, oh. Geh... Gah! Hast du das gemerkt? Nein. Ich hab dich angestupst. Hast du? Yeah. Alter, pass doch mal auf. Drei Meter Abstand. Warum? Drei Meter Folgeabstand. Du kannst ja sagen, ich brenn's ab, oder... Ich hab nicht gebremst. In ganzer Weise. Na, dann donner ich hier sowas von lang. Komm, wir schauen uns mal die andere Seite des Planeten an. Hast du hier schon Viecher gesehen? Nein. Ich auch nicht. Ganz viele Klumpen hier links. Ich glaub, die werden hier auch kaum überleben. Geht's denn da weiter? Weiß ich nicht. Da ist es so dunkel. Nein! Ich fliege gegen ne Mauer. Ui, vielleicht kommt's ja noch. Na klar, die haben jetzt erstmal nen Planeten rausgehauen. Hallo? Gibt's jetzt nur diese eine Plattform hier? Hm. Jetzt kotze ich gleich. Boah. Oh, hier unten sind ganz viele Seintchen. Wurmtchen! Wurm! Ich hab's gehört! Wurm! Ja, ich auch! Ich auch! Ich fliege! Wieso kann man nicht nach hinten gucken? Wieso hat das Ding keinen Rückspiegel? Das frag ich mich auch. Ich würde gerne diesen Feuerwurm sehen. Wir können da zu Fuß mal hinlatschen. Würde gerne auch. Einige Dinger noch einsam. Kupfer wäre toll. Ja. Brauchen wir. Mann, hier. Schalt! Ja. Halt! Wieso Halt! Du siehst doch, dass meine Dinger hier nach unten zeigen. Nein, nein, bei mir sind's immer noch... Was? In Speed-Dingsbums. Nee, bei mir sind's ja nicht bei dir. Äh, bei... Oh, du weißt schon. Ich glaube, ich kann hier landen. Na? Lande! Hallo? Was haben wir hier? Welche Ticket ist doch gut? Ja. Sehr viele Sachen. Na, 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 na. Darf man über das Rote? Nein! Ja, kann man. Oh. Ach, verdammt. Über die leicht roten Felsen. Die meinte ich. Die da hinten. Das ist sicher Gold. Gold! Warum ist eigentlich Gold? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm. Na mit? Au! Bist du irgendwo reingelatscht? Eigentlich nicht. Ich bin gerade gehüpft. Und in der Luft habe ich schon angekriegt. Ich glaube, hier werden aber auch keine Viechen rumlaufen. Außer der Wohm. Oh. Noch F. Hm. Sollten echt auf unseren Boden achten. Hatte ich nicht mal, ähm, eine Hacke? Eine Hacke? Eine bessere? Ach, das bist du. Ich kann sagen, was bewegt sich da? Ich suche eigentlich... Oh, was ist das? Ist das? Ist das? Wie weit haben wir eigentlich weggeparkt? Hier sind die ganzen Ressourcen und wir... Ja, willst du dein Raumschiff in die Lava setzen? Ja. Ach, Kupfer. Ey, du passt irgendwie hierzu. Danke. Mit deiner Farbe dahinten. Danke. Also, es ist mein Planet. Okay, wir nennen ihn Kalypso. Was? Vedo... Vedo Zoid? Au. Läuft ein Vedo Zoid? Was für ein Vedo? Irgendein Tier läuft da hinten. Geh mal hin, gucken, ob es... Natürlich, ob es freundlich ist. Genau. Freund oder Freund. Erstmal die Hand schütteln. Ja. Jetzt spuckt Lava, da geh ich nicht hin. Warte, das ist... Echt? Kotzt das? Ich hab Kupfer gesagt. Aber es spuckt Lava. Psico, was? Psicronium? Das denn? Was Neues? Ja. Und das? Kobalt braucht man doch auch. Ach, das bist du, Mann. Hallo. Nee. Willst du auch mal die Hand halten? Nein, du hast mich erschrocken. Du bist raus. Da, siehst du das in der Lava? Da spuckt es da hinten. Okay. Vor die Begeisterung? Ja, ja. Was ist es so still? Was ist still? Ich habe keine Musik mehr. Lass mich raten, das ist... Aluminium brauchen wir nicht. Nee, das haben wir bei uns auch. Hülle und Fülle. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Willst du mich so erschrecken? Hallo. Aluminium. Wenigstens wissen wir jetzt, wo es wirklich sehr viel Titanium gibt. Auf diesen Kanäten. Fliegen wir doch einfach mal hierher. Immer. Da wollte ich auch gerade ran, Mann. Pech. Mein. So wie wir das hier immer brauchen. Aber ihr Lieben, wir sind schon bei einer halben Stunde. Bei 30 Minuten ist mir gerade so aufgefallen. Ich würde sagen, wir werden hier erstmal einen Cut machen. Einen heißen Cut. Einen sehr heißen Cut. Und in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich wieder zurückfliegen. Oder uns hier noch weiter umschauen. Werden wir, wie gesagt, sehen. Wir bedanken uns jedenfalls für's Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Vielen Dank.